die steinermeisterei begrüßt euch zum nächsten lego kreator set hier heute mit der set nummer 31006 ein kreator set aus dem jahr 2013 also schon ein wenig älter wir haben hier den sogenannten sportwagen als a modell 286 einzelteile sind hier verbaut und wie üblich aus den kreator set lassen sich hier mehrere varianten bauen in dem fall sind es wieder drei sprich es folgt also das b und das c modell wie gewohnt ja das also hier das original der sportwagen mit einer länge von circa 13 zentimetern komplett in weiß mit sehr sehr vielen einzelteilen kleinen einzelteilen also wir haben ja wieder sehr viele filigrane sachen zu bauen und als ergebnis bekommen wir dann also hier diesen schönen in weiß gehaltenen sportwagen hier mit dieser schönen sportlichen front die außenspiegel schön im akzent in schwarz angedeutet wir haben drinne das cockpit bzw dem fahrerraum so eingeglast wir können das cockpit als solches nicht öffnen das müssen wir dann also wirklich ab machen also es ist hier nicht schwenkbar nicht vorgesehen und in drinnen sieht das ganze relativ nobel aus so in leder optik gehalten auch sehr schön wir haben hier die möglichkeit muss ich mal gucken die türen aber zu öffnen das funktioniert nämlich hier folgendermaßen da muss man hier so ein bisschen reingreifen wir sind also hier schwenkbar angelegt also dieser einstieg hier so richtig schön ferrari sportlich sage ich mal dass man die türe also schwenken nach oben schwenken kann und dann hat man also diesen kleinen eintritt hier und das ist doch wirklich sehr nett würde ich sagen außerdem ist hier folgendes verbaut wir haben hier also den motor im heckraum wieder verbaut wir haben hinten erst mal angedeutet an diese vier auspuffrohre und wir können also hier die heckklappe spricht den motorraum einmal öffnen und bekommen dann hier also diesen kleinen einblick in den motorraum wir sehen also hier diese sechs knöpfe könnte also vielleicht ein v6 motor sein angedeutet auch ganz nett würde ich sagen hinten dann hier der heck spoiler in rot gehalten ansonsten dann hier die heckleuchten plus blinker in orange sehr schön hier oben sind wir dann so zwei lüftungsschlitze noch für die motorkühlung sicherlich gedacht ansonsten fährt dieser sportwagen hier auf schönen silbernen dunkel silbernen felgen und damit sind wir eigentlich schon mal eine komplette runde durch die scheinwerfer vorne auch hier schön gemacht auch hier die blinker wieder im detail zu sehen der lufteinlass noch mal vorne der wird er so hier die luft wird ja eingelassen dann im prinzip durchgeleitet hinten bis bis zum motorraum da wo die luft eben gebraucht wird für die für die ansaugung spricht zur kühlung noch ja und damit würde ich sagen hätten wir das a modell mal einmal kurz rund um erklärt und wir werden uns demnächst an dem b modell widmen noch mal zusammengefasst das lego creator set steht hier vor uns die set nummer 31 006 der sogenannte sportwagen aus dem jahr 2013 verbaute einzelteile insgesamt 286 das erste von drei modellen hier aus diesem creator set ja danke euch fürs zusehen wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin danke tschüss